Hallo meine Süßen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar, wie ihr im Hintergrund schon seht, habe ich heute Haushaltsprodukte, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und ja, ich stelle euch jetzt einfach mal meine Lieblingsprodukte vor und wünsche euch einfach viel Spass dabei. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Boden an. Und ich benutze sehr gerne den Meister Proper Febreze mit Rosenblüte. Es riecht sehr frisch und ein bisschen süßlich, also sehr angenehmer Duft, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe jetzt hier eins, was hier drauf steht, dreimal längere, länger anhaltende Frische, wie gesagt, mit Febreze. Das ist einfach so ein Allzweckreiniger für den Boden. Und die ganze Wohnung riecht sehr toll danach. Ja, ich fühle mich einfach pudelwohl dann, wenn ich den mit dem Boden geputzt habe. Und einfach die Frische da ist. Es riecht einfach sehr toll und mein absoluter Favorit. Kann ich euch auch nur empfehlen, wer auch ein bisschen so wie ich auf süßliche Düfte steht. Ja, das war es eigentlich vom Boden. Jetzt kommen wir eigentlich schon gleich zur Wäsche. Und da nehme ich einfach jetzt mal ein Favorit für den Tyler, was wir ihm immer wieder nachkaufen. Denn meine Wäsche, ich kaufe meistens verschiedene Waschmittel für mich oder auch Weichspüler. Aber für den Tyler kaufen wir seit fast der Geburt an von Persil Sensitive Shell. Das ist dieser hier. Das kaufen wir ihm eigentlich immer wieder nach. Er verträgt es sehr gut. Er hat bis jetzt nie allergisch darauf reagiert oder irgendwelche Pickel oder sonst irgendwie bekommen. Von dem her kaufen wir das auch immer wieder nach. Und ein sehr toller Waschmittel für den Kleinen. Dann benutzen wir auch Weichspüler für den Kleinen. Und zwar der Softlan Ultra Hypoallergen. Ja, das ist jetzt einfach ein Weichspülerkonzentrat. Man braucht wirklich nicht viel davon. Von einem halben Deckel oder je nachdem wie viel Wäsche man hat, einen ganzen Deckel rein. Und es riecht eigentlich nach nichts. Also nichts Spezielles. Also hier steht einfach mit zartem Mandelmilch. Es riecht sehr frisch, angenehm. Ja, seine Wäsche riechen auch sehr gut danach. Ich mag es sehr für den Kleinen. Und wie gesagt, das ist Hypoallergen. Finde ich sehr gut. Kaufen wir eigentlich auch seit der Geburt immer wieder nach. Und ja, ist eines der besten Weichspüler für meinen Kleinen. Dann ein Weichspüler, was ich momentan sehr gerne für uns verwende, ist eines von Comfort. Das ist jetzt mit Strawberry & Lily Kiss. Das ist einfach auch ein Weichspüler, was nicht so frisch riecht. Aber es riecht so fruchtig, blumig. Mag ich sehr gerne. Und der Duft ist auch sehr genial. Es hält auch eine Zeit lang. Ja, ich finde es einfach, es riecht sehr toll. Und wie gesagt, wir kaufen immer wieder etwas anderes nach. Aber dieses hier werde ich mir definitiv irgendwann wieder nachkaufen. Sobald ich andere Weichspüler aufgebraucht habe. Bin froh, dass ich das mal getestet habe. Das ist jetzt auch fast alles. Es hat nur noch so viel drin. Ja, es ist einfach super toller Duft. Mein absoluter Favorit an Weichspüler für uns. Dann nochmal etwas, was mit Wäsche zu tun hat. Und zwar Vanish Oxy Action Powerwise Shale. Das benutze ich immer für die Socken von meinem Mann. Er trägt nur weisse Socken. Und die sind manchmal nach der Arbeit ganz schmutzig und alles. Und mit dem bringe ich das super toll weg. Also habe ich mir jetzt auch, seit wir zusammen sind, kaufe ich dieses hier immer wieder nach. Es ist sehr ergiebig, also man braucht nicht viel. Es hat ja auch noch einen Deckel dazu. Ich weiss jetzt gerade nicht, wo es ist. Und die sind dann gekennzeichnet. Und ich mache meistens immer nur das Niedrigste. Und ja, die Wäsche wird dann schön sauber und weiss. Und ein super toller Produkt. Kaufe ich mir, wie gesagt, immer wieder nach. Und ich habe immer auch ein Backup hier. Dann zu guter Letzt, was noch mit Wäsche zu tun hat, ist Komfort Duftsäckchen. Die sollten sechs Wochen lang die Wäsche frisch halten. Dann kann man in den Schubladen reinlegen oder aufhängen am Bügeln. Aber die Wäsche riechen sehr toll und frisch. Und weil ich diesen Duft sehr gerne mag, habe ich mir mal den Weichspüler von Komfort gekauft. Was zu diesem Duftsäckchen passt. Bin gespannt, ob die genauso gut riecht wie diese hier. Und die Duftsäckchen halten bis zu sechs Wochen. Und ja, es riecht wirklich sehr toll. Sobald man die Schubladen oder den Kleiderschrank öffnet. Es riecht einfach sehr toll. Und ich mag es. Und das habe ich mir jetzt auch schon, weiss ich, wie viele Mal nachgekauft. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ja, es ist wirklich ein sehr tolles Produkt. Dann habe ich hier von Fibrice ein Textilerfrischer. Das ist jetzt mit Hai, Orchidee. Es riecht sehr toll. Ich mache das immer, nach dem Aufstehen, tue ich das ganze Zimmer lüften, das Bett, ja, Haus lüften und alles. Und dann sprühe ich das ein bisschen drauf, lasse es ein bisschen einwirken. Und dann, zehn Minuten, Viertelstunde später komme ich, mache das Bett. Und dann sprühe ich das am Schluss nochmals drauf. Es riecht einfach sehr, 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 sehr toll. Und ja, es ist auch eines meiner Favoriten. Mein Mann mag es auch. Und kaufen wir uns eigentlich auch immer wieder dieses hier nach. Weil es einfach so toll riecht. Und ja, wir mögen es einfach. Ich kann euch auch empfehlen, falls ihr auf süßlicher Düfte steht. Da ist dieser Fibrice Textilreiniger sehr toll. Wenn wir schon gerade mal bei Düften sind, habe ich hier von Glade by Breeze One Touch. Diesen Mango Brazil Duft. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Es ist einfach eines meiner Favoriten aus Glade by Breeze One Touch. Es gibt nochmal eins, was ich sehr gerne mag. Ich weiss nur nicht mehr, wie es heisst. Aber diese hier kaufe ich mir eigentlich ständig wieder nach. Und ja, die Wohnung riecht sehr toll danach. Und ja, es ist einfach schön fruchtig und einfach sehr toll. Ah, dann habe ich hier noch etwas an... Es ist ein Vorwaschspray für den Teiler. Das ist ein Flecklöserspray. Habe ich erst kürzlich gekauft. Ich weiss jetzt gar nicht mehr vor. Einige Wochen. Und seitdem benutze ich das regelmässig, wenn er beim Essen ein bisschen herumgegutscht hat. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, wenn er halt nicht so aufpasst, was halt Kleinkinder machen. Die passen ja nicht auf beim Essen. Fassen überall hinein. Putzen sich den Mund mit dem Ärmel ab oder so. Mit dem haben wir die Flecken bis jetzt immer weggebracht. Bin ich sehr, ähm, wie sagt man, überrascht gewesen. Hätte ich jetzt nie gedacht. Ähm, es ist wirklich super. Preislich geht es eigentlich auch. Ich glaube, ich habe knapp 4 oder 5 Euro für diesen Spray bezahlt. Und dann noch weniger 3... Zwischen 3 und 4 Euro, glaube ich, kostet so eins. Bin jetzt gar nicht sicher. Ähm, werde ich mir definitiv wieder nachkaufen. Ähm, die Flecken, wie gesagt, sind bis jetzt immer weggegangen. Und ein absoluter Top-Produkt. Dann habe ich hier noch mein absoluter Favorit. Kaufen wir auch seit Tyler jetzt auf der Welt ist. Oder besser gesagt mit den Flaschen angefangen hat. Ähm, kauf ich jetzt, kaufen wir uns immer die Nook Spülreiniger. Ähm, ich habe mal eins von Denk mit ausprobiert. Auch Spülbalsam für Babys. Aber ich muss sagen, wir lieben einfach Nook. Es ist, ja, meiner Meinung nach ein bisschen besser. Es ist auch einiges teurer. Aber mir macht das nichts aus. Ähm, ja, ich mag das. Kaufen wir auch immer wieder nach. Und es ist parfümfrei. Und ja, es ist einfach eins der besten, wie sagt man, Spülreiniger für das Baby. Es ist pH-neutral. Und ja, es ist einfach Top-Produkt auch hier. Ja, dann haben wir hier noch ein Allzwecktücher. Ähm, ich habe jetzt einfach mal stellvertretend diese hier genommen. Wir haben drei verschiedene Varianten hier zu Hause. Wir haben ein blaues, was nach nichts riecht. Das benutzen wir für Teilers. Wickel-Kommode zum Abstauben oder so. Ähm, ja, das ist auch ganz gut. Oder mit Zitronen. Grapefruit-Zitronen oder so. Finde ich auch nicht schlecht. Aber mein aller Liebstes ist Aloe Vera und Apfel. Also dieses hier kaufen wir uns, ähm, auch immer wieder nach. Und ja, es ist einfach eins der besten Allzwecktücher. Man kann einfach schnell etwas wegwischen. Es riecht noch toll. Und ja, einfach ein sehr gutes Produkt auch hier. Dann habe ich auch noch von Denkmit Hygienereinigungstücher. Da verwenden wir eigentlich auch überall für den Teilers Hochstuhl, für seine Wickelunterlagen, Wickeltisch, nach dem Abstaub auch noch ein bisschen desinfizieren. Ähm, ja, es ist einfach überall ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, anzuwenden. Oder auch, wenn ich, ähm, Mahlzeiten zubereite für den Teiler, wird die Fläche noch schnell desinfiziert, bevor ich koche und alles. Ähm, ja, finde ich einfach sehr toll. Kaufen wir uns auch immer wieder nach. Ähm, was soll ich dazu noch sagen? Dann genau dasselbe auch mit dem Hygienespray. Das haben wir auch für ein Teilers Zimmer oder für den Klo. Also, ja, für den Badezimmer. Ähm, ich besprühe seinen Wickeltisch nach dem Abstauben mit dem ein oder seine Wickelunterlage. Ich sprühe das Ding hier, ähm, uns WC auch mit diesem Hygienespray. Nach dem Reinigen sprühe ich das noch auf. Und ja, ich finde es einfach tolles Produkt und es beseitigt zu 99,99% Bakterien, Pilze und spezielle Viren. Ähm, weiss jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich finde es trotzdem top. Und es, bei uns sind immer zwei angefangene Flaschen, stehen herum einmal beim Teiler im Zimmer und einmal im Klo. Ja, dann wenn wir schon beim Klo sind, habe ich zwei Dinge für den Klo. Und zwar einmal die Ente Clean & Easy. Ähm, wie sagt man, Feuchtetücher, also hygienische Feuchtetücher. Mit dem Putz reinige ich eigentlich unser WC. Ähm, ich finde es toll, ich kaufe mir auch immer wieder nach. Ich klebe das auch an den Wand, damit die, weil hier hinten ist noch so eine Klebefolie, was man so abziehen kann. Und dann klebt das, da kann man einfach an den Wand klatschen, also kleben. Und ja, wenn die Besucher wollen, können sie auch da hier ein bisschen wegnehmen und den Klo sauber machen. Aber ja, ich putze meinen Klo alle paar Tage, weil es ist mir wichtig, dass der Klo einfach hygienisch sauber ist. Und ich mag es nicht. Ja, auch wenn meistens nur wir zwei den Klo benutzen. Ich finde es einfach hygienischer, wenn man da ein bisschen mehr putzt. Weil ja, das ist einfach etwas, was sehr unhygienisch werden kann. Ähm, da kann ich euch auch diese WC-NT empfehlen. Dann zu guter Letzt habe ich hier ein WC-NT, wie sagen wir mal, Duftstein. Ähm, es riecht sehr frisch, angenehm und verfärbt das Wasser auch blau. Finde ich auch ganz toll. Ähm, kaufe ich mir eigentlich auch immer wieder nach. Das ist, glaube ich, eins von den einzigen, was ich mir immer wieder nachkaufe. Ich mag einfach, dass das Wasser nachher so blau ist. Und ja, es sieht einfach ein bisschen besser aus. Und ja, der Duft ist, wie gesagt, sehr angenehm, frisch. Und ja, kann ich auch euch nur weiter empfehlen. Vom Geruch her und alles einfach top. Ja, das war es eigentlich an meinen Haushaltsprodukten. Ich habe vieles jetzt nicht reingenommen, was vielleicht auch Haushalt gehört. Das ist zum Beispiel so ein Spülmittel. Ich kaufe mir immer wieder verschiedene. Da habe ich eigentlich keins, was so zu meinen Favoriten gehört. Zum Beispiel Denkmietspülbalsam kaufe ich mir immer wieder nach. Aber ich kaufe mir immer wieder verschiedene Duftrichtungen nach. Da gibt es eigentlich keine spezielle, die ich jetzt besonders mag. Oder Pril kaufe ich mir auch sehr oft. Aber auch immer wieder verschieden. Einmal mit Apfelduft, einmal mit Limettenduft, einmal neutraler Duft. Und ja, das ist einfach verschieden. Und ich habe jetzt einfach diese Produkte euch jetzt gezeigt, was wir uns immer und immer und immer wieder nachkaufen. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht mal einen Tipp geben, was ihr so braucht im Haushalt. Oder wenn ihr noch Kinder seid, ja, dann ist es etwas anderes. Aber diejenigen, die schon alleine wohnen, einen eigenen Haushalt haben, sagt mir doch mal, was ihr so an Haushaltsfavoriten habt. Würde mich über jede einzelne Antwort freuen. Und ja, ich wünsche euch einfach so mit einem wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Bye. Supermen. Wir sind supermen, Tyler. Wir sind supermen. Super-da-da-da. Ja. Look at Matt. IPreThirdisch.